Das wird schon gehen, das wird reisen. Macht er, ja, ja. So. Jetzt wird er funktioniert. So, gut. Die Mitte ist gut. Jetzt noch abdrücken. Hat der Fotos gelitten? Ja, hat der Blinken. Ich nehme wieder ein wenig Gas, um zu gehen. Ja. 7 Stück. Wo kommt der Wind wieder hin? So ein wenig. So ein wenig, aber einfach. Also, wir machen. Ah, kein Zug, wunderschön. So ein wenig. Wo ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Satellit daheim, aber jetzt nicht, wo wir hinflügt, der läuft nicht, der ist nicht aktiv. Tust du mal einen switchen? Ja, weiter. Nein. Ah, es ist nichts. Noch einmal switchen. Noch einmal. Ja, ich habe die Hänge nicht geschlossen. Tust du noch mal einen switch machen? Ja, das ist ab. Jetzt habe ich den Flieger drauf, aber nicht. Ja gut, das hat er. Noch einmal einen switch. Zack. Und noch einmal einen. Und noch einmal einen. Ah, er hat er übersprungen. Ja, jetzt. Aber er hat den Pfiel nicht drauf, weisst du? Er steht da oben drauf, bezahlen. Ring zu rechts. Ja, es ist alles da. Einfach der Pfiel ist nicht drauf, wo er ist. Das spielt doch keine Rolle. Ja. Ich dachte, er kann ja auch bezahlen. Gut, also. Dann kann man ja mal in eine sanfte Lage rein tun. Hey, wir sind jetzt auf dem Bäh, Unger. Hast du das jetzt wieder geändert? Jetzt ist es auf dem Bäh, ja. Ja, aber eh. Wenn du dann beim Fliegen wieder schnell umschaltest. Ja, also. Jetzt gehst du Richtung Ullwitz. Ja, genau. Bist du gut? Ja. Merci. Wieso hält der da? Hast du mit einem Hebel angekommen? Nein, wieso? Schau mal. Nein. Vorher hat es dumm geklappt. Dann kannst du den Horizont gut tun. Ja. Ja, jetzt wird es besser. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Entschuldigung. Jetzt bin ich mir auch da am Modus. Jetzt habe ich gar nicht mehr Mühe. So, wie gesagt. Jetzt, das gefällt dir, oder? Ja. Ja, nur mein künstlicher Horizont. Die Dinger sind die richtigen Stellung. Der gelbe oder der andere, oder? Die Meter hoch, ja. Die Stimme. Kein künstlicher Horizont mehr. Jetzt habe ich den Radar-Modus wieder. Oh, jetzt hat es mir nicht mehr Zeit. Ja, geh noch einen weiter. Jetzt habe ich gar nicht mehr Zeit. Wieso, Herr? Ja, jetzt habe ich nicht mehr Zeit. Aber ich gehe jetzt nicht mehr Zeit. Das ist komisch, oder? Ja, das ist wegen dem verdammten Hure Dings. Ja. 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 Ja, ich habe den Horizont noch wiedergegangen. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Ja, aber ich bin nicht mehr, wo ich bin. Ja. Du musst in die Nähe kommen. Ja. Ja. No Signal. Wer kennt das Signal? Also, jetzt schlägt nach links. Das andere Links. Jetzt habe ich den Raum in den Turm wieder. Ja. Gut, jetzt weiss ich etwa. Ist das hier? Ist der Zwitscher da? Äh, der unten, glaube ich. Ja. Gut, das ist so wenigstens. Gut, das ist von den Signalen her nicht so optimal, oder? Nein. Und das ist eine Tür? Ja, ja. Ja. Ja, mit dem Bild ist es nicht. Ist aber ein bisschen. Weisst du, wo du bist, was du machst? Nein. Ja. Jetzt kannst du ein wenig nach rechts fliegen. Ich komme ja immer wieder mal irgendwie. Jetzt gehst du geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Jetzt komme ich zurück. Noch ein wenig. Noch ein wenig links. Noch ein wenig. 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 Jetzt hast du mal 50 Grad gekommen. Links? Ja. Ich gehe gar nicht auf Oberschere. Jetzt wahrscheinlich 30 Grad. Jetzt. 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 Jetzt gehst du mal. Oberschere, oder? Ist das Oberschere, das? Nichts zu erkennen. So solltest du eigentlich langsam auf uns zu fliegen. Pass aus, das ist ein Schere. Dann habe ich so etwas mit einem. Ja. Muss es fast so sein. Jetzt kann ich die Bildschöne. Die Bildschöne. Was ist das gross für Kleine? Das ist sicher eine Schere. Ich bin sicher ein Schere, oder? Sicher? Ich würde es jetzt nicht behaupten. Das ist überhaupt nicht Scherli. Das ist nicht mal viel Scherli. Das ist Gasl. Das war sogar ein Lien. Ich komme jetzt mal zurück. Nein, nein, links. Jetzt geht noch nicht links. Aber du darfst dich wieder ganz direkt. Und jetzt eine stabile Fluglage. Das ist ja gebildet. Gut, jetzt habe ich eine stabile Fluglage. Ja. Jetzt kannst du noch ganz schnell nach rechts ziehen. Stopp. Du siehst, du hast da unter der Scherli geredet. Ja. Jetzt komme ich zurück. Das Bild ist wirklich nicht so dritt. Jetzt hat die Bemängnisstorpe reinkommen. Jetzt wird das Bild etwas besser. Der so lange auf einmal war. Der so lange auf einmal war. Ja. Echt? Ich habe noch genug, 15 Wälder. Ja, du bist schon mal nach Hause gekommen. Landen muss ich, wenn ich nach Hause komme. Gegen uns? Also von oben her, vom grossen Baum her anfliegen? Ja, das Bild. Ich habe das Wünsche. Sollen wir mal wieder auf das B? Komm mal rein. Dann gehen wir mal auf das B. Komm mal rein oder gehen? Du kommst. Es wird ziemlich direkt. Du kommst gleich runter uns durch. Komm mal rein. Der Trecker geht nicht mehr. Das könnte auch etwas sein. Achtung, Bild. Der Trecker geht gar nicht mehr. So, siehst du? Übernimmst du hier? Moment, komm schon. Sehst du ihn? Noch nicht. Ich glaube, es ist ein Zährchen. Sehst du ihn? Ja. Ja. Gut. Achtung, geht nicht weiter. Kommt kaputt. Dann kannst du nicht noch ein bisschen fliegen. Weißt du, da ist ja Taten. Nein. Es ist heute nicht Mittag. Ja, nicht mehr. Die Trecker gehen auch nicht. Mina ist auch nicht richtig gegangen. 15.02 ist es noch. Also 15.02 jetzt noch. 15.02? Was ist es 14? Ja, er ist noch ein Strom. Ja, komm. Bei 14 musst du auch rein kommen. Ja, dann wäre ich klein. Aber es läuft nicht gut. Es ist schön. Ah, das Bier. Dann kann ich Zeit noch einmal, nachher. Bis bald, kannst du brüllen, hast du meinst. Oh. Ich schüttere es. Okay, gut. Heute ist das Bild anders verschissen. Ja. Das ist gut. Das geht gar nicht. Ich kann so nicht fliegen. Ja, es fliegt auch schon. Heute ist es gebockt. Gut, schau. Ja, schnell. Gut. Jetzt geht er wieder nach. Irgendwie mit den Signalen haben wir das Problem. Er trägt ihn super schön nach. Zwischendurch ist er wieder voll. Jetzt ist wieder nichts. Hallo! Nichts. Ja, feischt er. Absolut. Er hat etwas gebockt. Ich muss mit dieser Frequenz zusammen einen Zusammenhang haben. Ich weiß immer, wenn er Beepstätter nennt. Das ist Alarm. Wir sehen nur noch schwarz. Aber nur noch schwarz. hoch und ganz, ganz gleich ziehen. Ja. Übernehme. Ich sehe nur noch schwarz. So, so, so. Er ist da. So, so. So, so. Noch einmal schwarz. So, so. 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 Ja, mirn hat ja die ganze Zeit gefunden, oder? So, so. So, so. So, so. So, so. Natürlich, dann kann man die Störung übernehmen. Ja, dann stört man es nicht. Ja. Was könnte das sein? Vielleicht kann es auch hier nicht sein. Gut, wohl nicht. Das stört auch nicht. Ja, wenn man hier natürlich auffallen. Ja. Wo kommt er hin? Dann lasst man voller die Fresse, oder? Er kommt von Hilfe. Komm, wir decken den Stieg ein. Wenn etwas so gut nicht mehr funktioniert ... Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.